den Tag segensreich beginnen. Ich begrüße diesen neuen Tag und ich erinnere mich, wer ich wirklich bin. Ich bin nicht der Körper, ich bin vollkommenes, ewiges, bewusstes Sein. Reine Liebe. Ich wurde weder geboren, noch kann mein wahres Wesen alt und krank werden oder sterben. Denn ich bin, ich war immer und werde immer sein. Ich bin in diesen Körper gegangen, mit einer ganz bestimmten Absicht, um ganz bestimmte Erfahrungen zu machen. Mein Körper hat schon mal dies oder das, aber ich bin. Ewiges, bewusstes Sein und Liebe ist mein wahres Wesen. Ich öffne nun mein Herz und lasse meine Liebe fließen und ich erkenne, je mehr Liebe ich fließen lasse, desto mehr Liebe fließt in mich hinein. Ich lebe ganz bewusst in der Geborgenheit der Liebe. In diesem Bewusstsein segne ich jetzt den heutigen Tag. Ich segne all meine Gedanken, Worte, Gefühle und Taten und segne alles, was ich denke, fühle und tue. Ich segne die Gesundheit meines Körpers, jede einzelne Zelle. Ich segne die Vitalität und meine Lebensfreude. Ich segne alles, was ich esse und trinke. Und ich esse und trinke nur noch Gesegnetes. Ich segne jeden Atemzug, den ich mache und segne jeden, der mir heute begegnet oder in mein Bewusstsein trägt. Ich segne meine Familie und meinen Partner. Ich segne meine Vergangenheit und meine Zukunft. Meine Lebensabsicht und meine Berufung. Ich segne meine Liebe und die Weisheit meines Herzens. Ich segne diesen Augenblick und das ewige Jetzt. Ich lebe ein segensreiches Leben in einem gesegneten Körper und ich bin ein Segen für jeden, der das Glück hat, mir zu begegnen. Ich segne mein wahres Sein, meine Aufgabe und mein Weg und jeden Augenblick in diesem gesegneten Leben. Weiters schaue ich auf mein Herzzentrum, spüre mein Herzzentrum und werde damit eins. Ich werde im Herzen ganz weit, grenzenlos weit. Ich werde so weit, dass ich die ganze Welt umarme, die ganze Welt in mir habe, die ganze Schöpfung in mir habe, umfasse und umarme. Ich erlebe, wie am Horizont die Sonne aufgeht. Sie ist einfach da und löst alle Schatten auf. Prachtvoll, wärmend, strahlend, bis ins Herz dringend, wo sie mich tief drinnen erwärmt, erfüllt und stärkt. Nun richte ich mich innerlich auf. Ich richte mich auf mit den Wurzeln in der Erde, rage ich weit über meinen Körper in den Himmel und begrüße diesen neuen Tag mit dieser Kraft in mir. All diese Kraft ist in mir. Und nun mache ich mir noch meine Wahlmöglichkeiten bewusst. Denn bevor ich dann bald meine Kleidung anziehe, entscheide ich mich jetzt für meine Energiekleidung. Ich kann jetzt entscheiden, mit welcher Energie ich durch diesen Tag gehen möchte. Und damit treffe ich die Wahl. Und ich wähle jetzt auch. Ich entscheide mich bewusst dafür, sympathisch zu sein, liebevoll zu sein, erfolgreich zu sein, eine Lösung zu sein, Heilung zu sein, ich selbst zu sein und ein Freund zu sein, auch mir gegenüber. Ich gehe ganz hinein in diese Energie, erfülle mich mit dieser Energie und strahle sie bewusst in die Welt. Dabei mache ich mir bewusst, indem ich das jetzt tue, ändert sich die Welt und ich bin dafür dankbar. Mit dieser Einstellung freue ich mich jetzt auf diesen Tag. und ich kann das Video